Hi zusammen Fabstof hier, ja willkommen zu einem neuen Video und zwar sind wir auf dem Account von meinem Klamember Dennis Salazar, der hier 16 Splitter zur Verfügung hat, die auch öffnen möchte, denn wir haben einen 10-fach auf Visaya und er hat diesen Champ noch nicht, der Champ ist gut, einer der Top-Header in diesem Spiel und ja ganz klar, er will ihn einfach haben, er hat jetzt noch den Klam-Boss Loot da gelassen, gucken wir mal, vielleicht ist ja noch was dabei, also schauen wir mal, in den kleinen Truhen wird wahrscheinlich dann eher mal nichts drin sein, die grüne und blaue verkaufen auf jeden Fall, Endgame-Accounts brauchen das nicht und dann öffnen wir 16 Splitter und hoffen, dass was dabei ist, wenn wir euer fertig sind, dann werden wir natürlich wahrscheinlich aufhören, ich werde ihn dann fragen, ob ich weitermachen soll, aber ich denke, dass er blaue Buch, ein gelber Splitter wäre schöner, yes, wir haben einen wunderbar, einen Leggy Splitter dazu, Leute, das ist doch geil, das ist doch perfekt, wenn das nicht, das ist die Freude bestimmt bei ihm riesengroß, also 17 Stück, drücken wir die Daumen und legen los, ich gucke mal kurz, ob das alles so eingestellt ist, okay, das passt alles, legen wir los, let's go, oh, ich drücke die Daumen, Daumen drücken ist angesagt, also wir fangen an mit Anax, also per se in einem Killable-Team beim Clan-Morsten extrem guter Damage, die da ein sehr hohes Damage-Potenzial hat, aber er funktioniert nur an Killable-Teams, ja, man kann ihn auch an der Hydra am Bommel spielen, da er ein Genauigkeitsverringer hat, das funktioniert sehr gut, aber, ja, wie gesagt, im normalen Team schwer am Leben zu halten, immer ein Killable-Team, ein wahres Damage-Monster, also dort macht er Spaß, so, oh, der erste Leggy und, Entschuldigung, dass ich lachen muss, nicht, weil mir tut es leid, dass es schon wieder ein Rasin ist, aber wir haben vor kurzem im Stream schon mal ein Rasin gezogen und jetzt hat er wieder ein Rasin, also, ich schreibe es ihm gerade mal, ähm, jetzt bin ich gerade lachen, tut mir leid, Dennis, also, das will man natürlich nicht haben, das ist ja, glaube ich, der x-tausendste Rasin, ja, gut, dann lachen wir uns mal ein bisschen, ähm, ihm freut es wahrscheinlich nicht, aber, hey, äh, wir haben schon mal ein Leggy, ne, im Zweifach werden, Deacon, immer noch ein geiler Champ, also, egal wo, ob im Doom-Tower am Clan-Boss zu uns kriegen, hat einfach ein neises Kind, man sieht es auch an den Bewertungen, also, wer diesen Champion pullt, darf sich auch wirklich einen geilen Champ freuen, hat gute Base-Werte, sein Kit ist einfach nice. So, dann kommen wir zu Cage-Breakout, beziehungsweise Ausbrecher, ja, einer der Net-Map, gilt man, ehrlich gesagt, nicht so. Oh, wir ziehen den nächsten Leggy und einen Bad L, also, ein Top-Tier-Leggy, definitiv, auch hier sieht man, er ist einfach Monster-Leggy, aber, aber, ich glaube, dass er schon, ähm, mehrere hat, ich bin mir jetzt nicht sicher, also, einen hat er auf jeden Fall, kommen wir gerade in die Champion-Höhle, ich kenne den Account nicht so gut, na, vielleicht ist es doch erst der Zweite, wenn es erst der Zweite ist, immerhin, also, zwei Leggies haben wir schon, ist aus vier Splittern eine gute Quote. Kann man nicht meckern. So, dann ziehen wir, ähm, Schwurträger, der ist in den Fraktionskriegen ganz nice, also, wenn ihr da in den Fraktionskriegen bei den Ballernuts ein paar Probleme habt, das ist ein Angriffsverringerer, er hat aktive Fähigkeiten und er hat einen Frost auf der 1, das Kit funktioniert, das ist relativ rund, im Late-Game zu langsam, aber fürs erste Mal schaffen. Alika, nicht mein Favorite. Hm, dann ziehen wir, äh, Luziat, der ist auch einer der ganz, 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 ganz alten Champs, also, die war ganz von Anfang an drin, ne, 93 Base-Speed, gut, Level 4 jetzt, aber trotzdem, ähm, ja, packt sie in die Bank, die werdet ihr nicht spielen. Uh, machen wir schon von Altreden, reden wir von Juliana. Als das Spiel rauskam, hat jeder sie am Klamus gespielt, das müsst ihr mal als Vergleich sehen. Wir haben heutzutage drei Runden LP-Bonn mit Gifte und allem drumherum dran und wir haben hier fünf Runden CD mit zwei, vier, sechs, sieben Bücher mit LP-Bonn, der drei Runden geht, aber auf fünf Runden CD, dann die Gifte, fünf Runden CD, also, das war damals einfach, ja, ist unglaublich, wie viel, wie sich das Spiel gewandet hat, ja, also, wie der Progress der Champions heute auf drei Runden CD, damals auf fünf Runden, hat sich dann auf vier Runden gefreut. Fenshi, die dann dreimal hier drauf bietet, eine Chance von 40% Geschwindigkeitsverringer zu verleihen, könnte man sogar am neuen Boss spielen. Ich muss gerade mal gucken, 40%, Moment, weil ich guck mal, was, weil Tomplot, hat ja, Tomplot hat ja, wenn man ein Killable-Team baut für den neuen Boss, hat Tomplot ja auf der A1 auch einen Triple-Hit und der hat auch 30%. Also, es ist genau das Gleiche, nur, dass Fenshi, glaube ich, eine andere, genau, Fenshi ist rot. Also, könnte man sogar ihn als, als, äh, Decreaser nehmen für den Speed bei dem neuen Boss. Ja, vor meinem letzten Video, da habe ich ein Unkillable-Team vorgestellt, könnte man machen. Habe ich selber noch nicht getestet, aber das wäre mal eine Idee für Schwäche-Affinity. So, dann ziehen wir Folterhallen. Ah ja, ja, man kann ja im Prinzip jeden Champion spielen, aber ob man ihn dann sinnvoll spielen kann, wage ich zu bezweifeln. Nazana, also, sie, also wo das Spiel frisch war, war das sie natürlich, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr guter Support. Inzwischen sind die Kula und sind ein bisschen lang geworden, ja, der Dairon-CD offensichtlich ist gut, aber, nee, ist ja auch Dairon, bestimmt nicht, was zähle ich denn? Genau, ich vergesse gerade mit anderen Champion. Ich wollte irgendwas anderes erzählen. Ich habe diesen Champion auf meinem, meinen, äh, Reflink-Account bekommen, der hat mich extrem gepusht. Also dieses Drei-Runden-CD, ähm, also dieser Verbündetenschutz und Angriffsverringer als AOE ist, ist schon, schon gut. Sehneschall ist auch okay. So, dann haben wir einen überaus hässlichen Epic-Booty-Kater. Ja, Gift ist ja ihr Ding, ja, ähm, wenn immer dieser Champion verbindet, er einen kritischen Treffer auf einen Gegner lernt, der einen Hex-Debuff unterlegt, besteht die Chance von 20, 25% für Einzug Gift-Debuff zu verleihen. Das ist zu RNG-Last. Wenn das eine höhere 60, 80-prozentige Chance hat, könnte man damit relativ gut mit Gift spielen. Aber so, hm, oh, Leggy, Leggy. Oh, nein, nein. Nein, wir haben jetzt neun Splitter gebraucht für Altan. Also, zurückdenken wir Altan, der, ja, der Champ am, äh, am Clan-Boss. Ja, er hat, wenn man aufsteigen lässt, eine große Defense-Aura. Der hatte einen Defense-Steiger auf drei Runden-CD, er hat auf der A1 einen Angriffsverringer mit einer 75-prozentig oder 80-prozentig Chance. Und er kann verbinden, die wieder mit dem Dungeon. Geiler Champ gewesen, war heutig unkillable Teams. Ich wüsste jetzt nicht, wo man sein Kit aktuell noch sinnvoll spielen kann. So, dann haben wir Lich. Fraktionskriege. Würde ich ihn spielen. Einfach auf den Grund wegen Rundenmeter, weil er Rundenmeter auf 100% regieren kann. Ähm, dann hat er auf drei Runden-CD, greift den Gegner an der letzten Rundenmeter mit zwei, mit Geschwindigkeitsverringer sogar. Oh, ja, okay. Aber wie gesagt, ist für mich ein reiner Fraktionskrieg-Champ. So, leider, jetzt sind wir durch. Leider keine Vithaya. Ich hätte ihm das, oder Vesir, ich weiß gar nicht, wie das aussprechen wird, ist egal. Ich hätte es ihm so sehr gegönnt, ähm, dass er diesen Champion bekommt. Aber wir haben ja wahrscheinlich genug Punkte gemacht, aber trotzdem ist das bitter. Also, da hätte man sich ruhig mehr erhofft. Wenn man sich überlegt, haben wir jetzt 70 später geöffnet. Wir haben ja nicht mal die große Stufe erreicht. Also, wir sind bei 5.500 Punkten. Das ist schon nice. Also, ja. Schade. Schade, schade, schade. Trotzdem, Dennis, vielen Dank, dass ich eröffnen durfte. Das war mir wieder eine Freude. Und dann sehen wir uns im nächsten Video im Stream. Lasst mich wissen, was ihr gezogen habt. Hattet ihr Glück? Habt ihr Vithaya bekommen? Und wenn ja, wo wollt ihr sie spielen? Also, dann mal verabschau. Ciao, ciao.